und speichern so also wir sind jetzt eigentlich genau so weit wie beim letzten mal was alter was soll der scheiß alter okay ich glaube das ist der endboss was haben wir hier denn bekommen ich weiß es gar nicht vielleicht sollten wir dann doch mal in den bombengang reingehen hoffentlich sind die krüge wieder da ja wir kriegen wieder ein paar herzen grüße und zwar da aber die herzen wurden nicht gespeichert es wurde gespeichert dass wir sie genommen haben so ein mist das hier war es glaube ich oder ja was das wollte ich doch noch gar nicht ich wollte doch erst speichern zur sicherheit erst speichern okay wo bin ich verdammt 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 durchlaufen durchlaufen okay da wird es nach rechts gehen dass eine elektroqualle verdammt diese schätze haben wir hier okay hier ist einfach mal durchlaufen einfach durchlaufen einfach durchlaufen hier haben wir einen schlüssel bekommen das hatte ich schon nicht mehr gewusst okay dann da ging es ja nach rechts hier geht es nach unten boah nee ist doch nicht ah da schlüssel wieder ab ich wollte gerade einfach so schnell durchlaufen schließen neu starten fullscreen spiel laden und ich muss erst mal warten spiel stand laden so den schlüssel haben wir könnten hier eigentlich speichern weil ich glaube hier sind gar keine monster so rechts runter rechts runter gehen wir einfach mal nach rechts weiter denn jetzt stürb 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 wachs und jetzt ist er gestorben so ein asche wo ist er da ist er stürb wachs und jetzt ist er gestorben so ein aschein uahs und jetzt ist er gestorben so ein aschein 2 wachs und jetzt ist er gestorben so ein aschein da ist die hand speichern also hier hier muss ich fast jeden gegner speichern das ist schon echt schon ziemlich blöd sag ich mal da sind auch einer was habt ihr das gesehen ich bin doch am oberen rechten rand gestanden wo ist der scheiß zombie machen wir einfach mal im licht da ist er okay stirb doch so jetzt wird wahrscheinlich gleich das miss fisch kommen ja genau was gibt es hier noch alles sie wird es weiter geht ein herz noch ein herz von den kriegen wir vielleicht auch was eine bombe das war hier wieder licht da ging es ja auch noch unten weiter ich wusste es ja noch ein herz okay wir haben hier alles aufgeräumt jetzt machen wir noch kurz wieder lichtern warten ab und können speichern soll jetzt nach rechts weiter oder nach unten wo man mit dem schluss weiter kommt ich will es mal nach rechts weiter was finden wir hier aber klasse ok also wir müssen da einfach nur schnell durch rennen mehr als die tür gibt es nicht das war jetzt knapp ah toll aber da hat uns trotzdem noch erwischt was durch 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 einfach durch okay und hier jetzt herz oh nichts herz ein schlüssel jetzt haben wir zwei nein ich idiot hab geladen das war ganz schön knapp kein herz und schlüssel so jetzt aber speichern nicht laden was finden wir jetzt hier gar nichts ok so ich muss hier ein bisschen nach rechts und durch das war zu weit so bitte lasst ihr vier jaten nein sie sind wieder da da sind die scheiß zombies auch wieder da ich sehe sie aber nicht ich sehe sie echt nicht sie sind nicht da Mist der hat dich gerettet kleine qualle so da gibt es noch einen krug gibt es jetzt vielleicht nein gibt es nicht okay wir haben jetzt zwei kleine schlüssel und einen nehmen wir jetzt für das daher aber ich bin so ein idiot ist das hat das war ein bisschen schmerzhaft aber wenigstens ging es hier echt gut durch kommt schon ihr könnt herzen haben ich weiß es klasse klasse und dann haben sie aber gar nichts klasse 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 Wir mussten ja die Scherzwürmer wieder bekämpfen. Ah, wir sind einmal getroffen. Ich finde, wir haben es jetzt besser geschafft als vorher. Ach, da ist eh nichts drin. Ah, die könnte ein Herz haben. Nö, aber ein Rubin. So, wir speichern jetzt hier nochmal. Aber diesmal speichern, nicht laden. Wieso habe ich plötzlich diese Probleme mit speichern und laden? Stopp! Ah! Jetzt! Ja, und wo bin ich jetzt? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Aber ich gehe da einfach mal rein. Eine Schatztruhe! Ein Herz! Ja, da ist der große Schlüssel. Jetzt kannst du die große Kiste öffnen. Ich hoffe, hier kommt kein... Nicht dieses blöde Viech. Wir speichern jetzt und dann gehen wir den anderen Weg. Ich bin ja schon gespannt, was wir hier kriegen. So, ich... Ich muss hier warten. Weil dieses blöde Leuchtteil... Das... Ähm... ...würde mir Schaden zufügen. Und darauf habe ich echt keine Lust. Wo bleibt es denn? Ah, okay. Wah! Es hat mir Schaden zugefügt. Ah, ja. So, nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn... ...ist es hier ungefähr. Sobald es nicht mehr im Bildschirm ist, bewegt sich das Monster nicht mehr, glaube ich. Ich gehe hier einfach weiter. So, speichern und jetzt gehen wir dann nach unten. Nein! Komm schon! Oh. 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 Verdammt. Komm schon. Stirb doch! Puh, tot. Herz. Herz! Mist. Oh, klasse. Und da unten sind die Viecher. Oh. Was? Ah, jetzt geht's wieder. Speichern wir schnell. Und da muss ich irgendwie auch wieder Pause ausmachen. Oh, klasse. Oh, klasse. Hier geht's gar nicht weiter. Aber wie öffne ich dann die große Kiste? Was? Ach, nö. Ich will das Mistviech killen. Und ich kille das jetzt mit einer Bombe. Komm rüber, kleines Missfisch. Okay, ich habe zumindest ein Herz. Und wie komme ich sonst da runter? Bei dem anderen ging es ja auch... Moment mal. Nee. Ich will jetzt gerade was versuchen. Weil irgendwie kann man ja den Laufsprung machen. Ich habe aber keine Ahnung wie. Okay, dann gehen wir einfach nach oben und töten diesen großen Wurm. Hilft er ihnen nichts? Ich meine, was können wir sonst machen? Hier haben wir wieder insichert. Das weiß ich. Also speichere ich hier auch mal kurz. Wir könnten... Na gut, ich glaube nicht, dass hier jetzt noch was ist. Die anderen haben hier ja schon alles dazu gehabt. Aber nein, hier ist nichts. Wieder nichts. Oh, das war ein bisschen knapp. Hier müssten die Gegner ja noch tot sein. Ich hoffe, es wurde... Mist. Ja, wieder... abgestürzt. Lade das Spiel. Lade das Spiel. und dann